Wie hatten das alles angefangen am Freitagmorgen? Wie hast du es überhaupt mitgekriegt, dass da etwas beim Taksim los ist? Also am Freitagmorgen ganz in der Früh gab es gegen die Besetzung von dem GESI-Pike einen ganz übelen Polizeieinsatz. Wir sind da mit Wasserwerfer und Drehengas. Da waren Felder aufgeschlagen, die die Polizei dann zusammengeräumt hat. Und die hat die Polizei dann abgebrannt. Ja, damit fing das eigentlich an und die Ereignisse wurden dann immer größer. Die Besetzung von dem GESI-Pike ginge schon seit Dienstag. Das waren Dienstag erst nur ganz wenige Menschen, bis es dann auch Tausende wurde. Und dann ab dem Ereignis bei dem brutalen Einsatz, dann am Freitagmorgen, gab es dann vermehrt Proteste. Und es hat sich dann immer mehr weiterentwickelt. Ich habe das bei mir im Viertel mitgekriegt, dass dann am Freitagabend also alle Leute aus der Straße, aus dem Fenster dann Krach geschlagen haben, mit Töpf und Löffel und was sie alles gefunden haben. Und das war dann schon erstaunlich, weil im Prinzip war ja erst die Forderung, dass der GESI-Pike nicht bebaut werden sollte. Und da sich das dann innerhalb, also quasi von einem Tag dann so ausbreitet, dass in allen Stadtvierteln Aktionen stattfinden, das war dann schon weit. Bei dem Viertel Kurtelusch wohnen da besonders viele Studenten oder besonders viele Linke? Nee, in diesem Viertel wohnen eigentlich vorwiegend Familien und das war das Erstaunliche, als ich dann die Nachbarn gesehen habe, die da ganz, also die, wenn man die so kennt, eigentlich normale Familienväter und Hausfrauen sind, wie die dann alle aus dem Fenster hegen und kräftig Krach geschlagen haben. Und dann ging das auch so weiter, dass auch die ersten Leute dann aus den Häusern kamen und die Forderung war dann nicht mehr mit GESI-Pike, sondern einfach der Rücktritt der Regierung. Da kamen erst mal Leute dann aus dem Haus und dann ging der erste Masch die Hauptstraße hier in Viertel, wo dann immer mehr Leute dann auch von den Seitenstraßen dazukommen und dann quasi auf der Hauptstraße Richtung Taksimplatz. Und da gab es dann natürlich dann Richtung Taksimplatz, gab es dann die Wiederdrehen-Gaseinsätze von der Polizei. Und das war halt in allen Stadtteilen oder in ganz vielen Stadtteilen so. Und am Freitag war es dann noch schwer, an Taksimplatz überhaupt ranzukommen. Es war überall abgesperrt und so gab es auch ganz viele kleinere Demos dann im jeweiligen Stadtviertel. Und die Forderung war einfach Rücktritt der Regierung. Was bringt eigentlich die Leute derartig in Rage? Naja, ich denke nach zehn Jahren mit dieser islamischen Regierung haben viele Leute einfach die Schnauze voll sozusagen. Also es gab ja immer schon wieder, also die ganzen Repressionen, die sich dann zusammensammeln eigentlich, denke ich, war das jetzt so der auslösende Punkt. Und es sollte noch ein Alkoholverbot durchsetzen, wo der Verkauf von Alkohol beschränkt werden sollte. Und da war dann schon auch viel die Diskussion, dass es jetzt wirklich ein Eingriff in die Lebensverhältnisse ist und dir quasi vorgeschrieben wird, also in deinem täglichen privaten Leben, was du zu machen hast oder nicht. Also solche kleinen Sachen, glaube ich, die haben dann alles zusammen dann zu diesem Punkt geführt, dass das jetzt quasi sich so ausgeweitet hat. Also es ist ja nicht nur in Istanbul, sondern einfach Türkei weit in alle Städte. Und selbst konservative Städte, die eigentlich Hochburgen der AKP sind, wie Konja und Kaisere. Selbst dort gab es Demonstrationen. Wie sieht denn das vom politischen Spektrum aus? Sind das jetzt also nur Nationalisten, die da auf der Straße sind? Spielt es auch vielleicht eine Rolle, dass Erdogan mit dem PKK-Führer Abdullah Öcalan verhandelt? Ich denke erstmal, dass es weniger jetzt um die PKK geht, sondern mehr eigentlich um die generelle Unzufriedenheit hier. Es waren ja auch viele Künstler zum Beispiel bei den Protesten beteiligt. Kannst du was dazu sagen, was bringt das? Das ist neu, das ist ja nicht normal in der Türkei. Was bringt gerade so Leute auf die Straße? Also es war ja so, dass gegen diese Bebauung von den Gäsepikes, da gab es eine Bürgerinitiative. Da waren, ich weiß nicht wie viele Vereine, es waren ganz viele sowohl Umweltschutzorganisationen drin wie Menschenrechtsvereine. Und das war erstmal das Bündnis, das die Proteste zumindest am Anfang getragen hat. Und dann gab es noch in der Istiklalstraße, also quasi die Hauptgeschäftsstraße, ein altes Kino, das jetzt auch geschlossen wurde, weil da auch ein Einkaufszentrum reingebaut wird. Emek-Kino. Ja, Emek-Sinemasse. Da gab es auch schon viele Proteste und üble Polizeieinsätze. Und ja, es sind ja ganz viele Projekte, die es am Laufen sind. Die dritte Brücke, der dritte Flughafen, ein neuer Kanal parallel zum Bosporus. Also das sind jetzt nur die größeren Projekte, aber einfach, wo auch viele kleinere Projekte, wo halt alles nur dem Kommerz weichen müssen. Also es gab auch viele Proteste, dann die ganze Stadt wird hier umgebaut, zum Teil ganze Stadtviertel entleert. Da wird die Erdbebengefahr als Vorwand genommen an die ganzen Viertel entwohnt und quasi dann reiche, teure Viertel neu gebaut. Und ich denke, das alles zusammen hat halt schon auch die Proteste hervorgerufen. Und darum war das erst mal jetzt auf den Demos auf den Straßen natürlich erstes ein ganz breites Band, beider von links bis rechts. Also ich habe sogar am Freitag noch Leute gesehen von der MHP, also mit einem Faschisten-Gruß. Die sind aber nicht zum Vordergrund gekommen, die hat man dann nachher auch nicht gesehen. Und die hatten auch keine Fahnen dabei, um quasi das deutlich zu machen. Also im Prinzip ist es ein breitgetragenes Bündnis von Menschenrechtsgruppen und Umweltorganisationen und linken Gruppen. Welche Rolle spielen dabei die Medien? Ja, es ist ja so, dass es eigentlich eine totale Zensur gibt. Im Fernsehen sieht man gar nichts. Also da kommt dann nur in der Abendnachricht etwas und es fängt dann erst mal so an, was Tayyip Erdogan dazu sagt, zehn Minuten. Dann kommen noch die drei Oppositionsparteien, was die dazu sagen, jeweils zwei Minuten. Und dann kommt irgendwas, wie brutal die Demonstranten waren und dann war es vorbei. Also es ist eigentlich totale Zensur. Außer ganz wenigen Fernsehkanälen, also privaten, die aber auch eine Trick-Highway senden. Oder man braucht spezielle Antennen, um die empfangen zu können. Im Radio ist es genauso. Da gibt es also einen Kanal, einen Alivision-Kanal, das Cem-Radio, was Tag und Nacht Live-Sendungen gemacht hat. Aber alle anderen Kanäle machen auch weniger beziehungsweise dann überhaupt keine Nachrichten zu dem Programm. Von daher geht alles über Internet. Das haben sie auch versucht abzusperren, also den Internet-Empfang dann zu sperren, weil die ganze Mobilisierung ja auch über Internet geht. Aber das gelingt ihnen nur zum Teil. Und aus diesem Grund war das Ziel jetzt auch, als es dann nicht nur um die Forderung mit dem GESI-PAL ging, sondern Rücktritt der Regierung, war erst mal das Ziel, die Übertragungswege, die da stehen, und danach sowieso nichts übertragen, dass die zum Teil angegriffen wurden. Und dann ging auch der Marsch auf Polizei, also manche Viertel auf Polizeistationen los und auf AKB-Parteigebäude. Da wurde in Ismir 1 angebrannt. Es gab ja gestern dann, also der Taxiplatz, da hat sich ja am Samstag die Polizei zurückgezogen und am Sonntag war dann noch mal eine Großdemo angesagt. Die hatte erst mal vier Forderungen. Das war, dass alle Festgenommenen freigelassen werden sollen und dann alle Verantwortlichen für die brutalen Polizeiübergriffe zurücktreten sollen. Dass das Demonstrationsverbot am Taksimplatz und in der Istiklal-State sie aufgehoben werden soll und natürlich, dass der Taxipike nicht bebaut werden soll. Und auch zum Beispiel in Ankara ist so da der zentrale Platz, der Küsselei-Platz. Da ist auch Demonstrationsverbot seit sieben Jahren und da wurde auch am Samstag zum ersten Mal, konnte es wieder durchgesetzt werden, dass da Demonstrationen stattfinden. Vor allen Dingen, also in Taksim verlief die Demonstration, dann war ja auch keine Polizei da, darum war es ja natürlich auch friedlich. Während in Ankara und in Ismir die Polizei auch übel vorging, zum Teil auch mit Gummigeschossen dann eingesetzt und mit Eisenstäben die Leute verprügelt. Also da gab es dann Stimmen, als hätten die den Befehl, wirklich die Leute, also niemand mehr festzunehmen, sondern einfach die Leute zu verprügeln. Hier in Istanbul ging es dann gestern Abend auch nochmal weiter in Besiktas. Also auch in Besiktas ging es in vielen Stadtvierteln weiter, wo es auch wieder Polizeieinsätze gab, wo dann auch wieder in der ganzen Stadt wieder mit Zöpfen und Löffel Krach gemacht wurde gegen die brutalen Einsätze. Und da hat man versucht, dann auf dem Regierungssitz von Taib Erdogan, also in Richtung von diesem Gebäude zu laufen. Und wenn es um solche Sachen geht, also dass er direkt im Zentrum steht des Angriffes oder die Gebäude, wo er sich aufhaltet. Also das Büro, das er da unten am Bosporus im Dolmerbachsche Palast hat. Genau, genau. Und wenn es dann um sowas geht, dann kriege ich wahrscheinlich dem Polizei den Befehl, dass sie alles machen dürfen, was sie nur wollen, wenn es um seine eigene Sicherheit dann auch geht. Und das ging auch, also in vielen Städten geht es auch wieder bis heute Morgen, die Demonstration. Ja, und jetzt ist gerade eine Versammlung von allen Gewerkschaften und die reden gerade darüber, ob es einen Generalstreik geben soll oder nicht oder ob man dann ausrufen kann. Also als Unterstützung quasi der Proteste dann türkeiweit. Aber die Versammlung ist gerade noch am Laufen und von daher ist mir klar, wie das weitergeht. Erdogan soll vor kurzem erst mal offen gegen Atatürk Stellung bezogen haben. Er hat Atatürk und seinen Nachfolger Ismet Enönü öffentlich als Säufer bezeichnet. Ich meine, dass Atatürk zu viel getrunken hat, ist bekannt, aber trotzdem wäre sowas eigentlich schon eine ziemliche Herabwürdigung. Spielt das eigentlich auch eine große Rolle? Ja, das war ja im Zusammenhang mit dem Alkoholverbot oder halt mit der Einschränkung, das Alkoholverbot stimmt nicht, mit der Einschränkung vom Verkauf von Alkohol. Also die ist ja sowieso so, dass 100 Meter um die Moschee kein Alkohol verkauft werden darf, das soll jetzt auch für Schule und andere Erziehungseinrichtungen gelten. Und das in der Stadt, da kann man sich dann vorstellen, dass irgendwann mal gar nichts mehr übrig bleibt und dann nicht mehr viel. Vor allen Dingen bauen sie ja an jede Ege Moschee, von daher kann man das Alkoholverbot auch so durchsetzen. Und dann soll der halt den Verkauf eingeschränkt, weil da das nachts von 10 bis 9 um 6 kein Alkohol mehr verkauft werden darf. Und ja, und da kam das Beispiel, als er die Atatürken in Nene als Häufer bezeichnet hat. Aber das war halt schon einfach dieser Eingriff ins Privatleben. Es gab es auch in Ankara, da gab es in der Metro ein Kussverbot, dass die Fahrer sich dann nicht offiziell küssen sollen. Es gab schon letzte Woche, also vor den ganzen Protesten, die Kuss-Aktion, die Kuss-Protest-Aktion. Die Regierung wird einfach immer dreister, indem sie ja alle verzwingt, ihren islamischen Lebensweise aufzubringen.